Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Web Kanal. Ich bin Broken10 und wie ihr sehen könnt, ich habe ein Replay von mir dabei, von dem Objekt 252U oder 252U bzw. Defender. Viele Panzer kennen diesen Panzer als komplettes übertriebenes OP-Tier auf seiner Stufe. Also das kann ich einfach nur bestätigen. Ich muss sagen, dass das Objekt bzw. der Defender der stärkste Premium-Panzer dieser Stufe ist. Ich kenne keinen Panzer, der wirklich an das heranreicht, was dieser Panzer anstellen kann. Dieser Panzer hat eine unglaublich starke Panzerung und eine unglaublich gute Kanone mit 225 Durchschlag und 440 Alpha. Also wenn ihr die Möglichkeit hattet, für die Leute, die ihn gekauft haben, habt ihr echt Glück gehabt, weil ich weiß nicht, wie oft es den noch geben wird. Es gibt ihn bestimmt noch mehrmals im Shop irgendwann jetzt, aber wenn ihr den noch nicht habt und die Gelegenheit dazu habt, holt ihn euch. Er ist so ein Prachtexemplar von einem Panzer. Also von den Leistungen her, er ist ein T10 und ein E6 zusammengewürfelt, nur dass er einfach in allem einfach besser ist. Na gut, von der Schnelligkeit ist er jetzt ein bisschen langsamer als der T10. Natürlich T10 ist Stufe 9, der hat natürlich ein bisschen andere Verbesserung, Kanone und so, ist natürlich viel besser und so ein Krams. Aber auf seiner Stufe finde ich ihn mit einer der stärksten auf Stufe 8 wirklich generell. Also der stärkste Premium-Panzer auf Stufe 8 und der stärkste Panzer auf Stufe 8 mit, also nicht, ja, mit vielen anderen. Früher war es ja der T35, der sehr, sehr stark war, aber er wird einfach überrannt, weil der T35 hat einfach keine Chance mehr gegen die jetzigen neuen Stufe 8-Panzer. Der Patriot ist ein sehr, sehr starker Panzer. Oder der Liberty oder sowas. Das sind alles sehr starke Panzer. Da kann ein T35 oder eine E6 oder irgendwelche älteren Premium-Panzer einfach nicht mehr mithalten. Und das seht ihr jetzt einfach an diesem Replay, wie leicht man einfach in kürzester Zeit zum vierten bis fünften Mal seinen Meister machen kann. Also das ist jetzt mein viertes oder fünftes Mal Meister-Replay. Ähm, man kann hier wirklich in kürzester Zeit das komplette feindliche Team überrennen, weil sie einfach keine Chance haben. Entweder kommen sie nicht durch oder sie machen zu wenig Schaden oder wie auch immer. Ähm, ja, ganz wichtig. Wo kommt ihr durch? Für die Leute, die es noch nicht wissen, aber es müssten zwar aber eigentlich wissen. Äh, Schwachstelle, Unterwanne und diese kleinen Carpola da oben. Genauso, wenn der so steht, könnt ihr auch gerne da reinballern, aber es klappt nicht immer. Und, ähm, ja. Einziger Nachteil ist bei der Kanone, sie zielt, wie ihr seht, schon relativ lange ein und verschießt auch sehr gerne. Ich habe hier eine 5, eine 4,5-Skill-Crew drauf, also Park-Crew drauf. Ähm, oh, Entschuldigung. Also ich habe hier 4,5-Skills drauf oder sogar ein bisschen mehr. Auf einer, also ich habe 4 Skills und 60% auf einer anderen Skill. Also hier ist eigentlich die geilste Mannschaft drauf in meinem, in meinem Account. Ähm, ja, und ihr seht jetzt hier einfach, so, ein Snapshot hat gelungen. 399 Low-Roll ist aber völlig wurscht. Der Panzer 58 Mutz macht das einzig blöde, was er machen kann. Ab jetzt kann er sich nicht mehr bewegen. Er bewegt sich, kann sich kein Zentimeter bewegen. Ihr könnt ihn ohne Probleme rausnehmen. Jeder Leitpanzer oder so, wenn er an der Wand steht oder so, schiebt ihn einfach dagegen. Er versucht dagegen anzukämpfen, kann er aber nicht. Der Panzer ist auch sehr gut zum Rammen. Hier vorne ist eine Spitze, wenn ihr da mit Panzer rammt, da kommt ihr auch gerne mal locker schöne Rammschaden hin. Ihr seht, der Mutz konnte sich keinen Zentimeter lang bewegen mehr und konnte sich auch nicht mehr wehren. 1300 Schaden, einfach einen ganzen Mutz rausgekloppt, ohne dass er uns ein einziges Mal Schaden machen konnte. Er hat 3-4mal, ne, 3-mal auf uns geschossen. Er hat aber jedes Mal gebaut. Das ist auch klar. So, ich sehe jetzt hinter mir ist ein Tiger 1. Alles kein Problem. Einfach durchfahren. Auch wenn ein Panzer mal durchkommt. Ihr habt genug Live. 1500 Live ist zwar ein Standardwert, aber bei dem Panzer ist es echt wirklich Hammer. Die Artie ist da hinten verschießt. Ich denke mir erst, ich nehme erst die Artie raus. Die fährt weg. Egal. Nehmen wir das Ding. Zack. So. Auch noch ein kleiner Trick, den ihr machen könnt. Immer in die Gun reingucken. Ja, hat mir jetzt geholfen, der Submit Pershing. Also ihr seht, es ist relativ einfach, hier wirklich alles wegzukloppen. Also, hier kommt die S51 rumgefahren, wenn wir mich rausnehmen. Zack, weg. Tschüss. Ja, so schnell könnt ihr einfach mal Panzer minimieren. So, wir sind jetzt gerade mal bei 2500 Schaden. Wir sind gerade mal bei der Hälfte angelangt. Also, ist echt Wahnsinn. So, ich setze jetzt die Gegner unter Druck. Ich stelle mich jetzt da in das Ding rein. Um damit halt die Gegner unter Druck zu setzen. Also mit diesem Panzer könnt ihr wirklich sehr viel Spaß haben und ihr werdet auch viel Spaß haben. Ich habe einen Snapshot gemacht, hat leider nur getrackt. Ja, der hört jetzt immer die russische Sprache. Aber die Russen sind ja dafür sowieso bekannt für ihre Heavies, dass sie wirklich sehr, sehr stark sind. Zum Beispiel die IS-7 mobil und sehr, sehr stark. Also. So, jetzt kommt da an der Seite ein TGP. Und ein T-34-85. So, mal gucken. Oh, da habe ich kurz gegähnt. Entschuldigung. So, bin zurückgefahren. Habe ihm angegeben. Der T-34-85 hat mir, äh, einfach mal mit HE seitlich eine gedrückt. Ist ja gar nicht der M. Das ist ja nur der T-35-85. Entschuldigung, ich habe mich vertan. So, hier beim TGP. Einfach oben auf der Schlüssel. Hier seht ihr 425. Ihr macht so, manchmal so 470er-Hits oder auch manchmal Low-Rules, aber es kommt immer je nachdem, ob Wargaming auf euch Bock hat oder nicht. Erstmal TGP rausnehmen. Erstmal die ganzen Kanonen rausnehmen. So, jetzt kommt das Skorpion G an. Skorpion G ist bekannter für dicke Durchschlagskraft. Er kommt nicht durch, er bleibt in meiner Kette hängen. Und ich denke mir, er ist nur noch ein Pilot und T-34-85. Denkst du, dir fährst du vor. 3.400 Schaden in kürzester Zeit. Innerhalb von 6 Minuten passt. So, drehen, drehen, drehen. Die Unterwand immer versuchen zum Feind zu halten. Er kam jetzt durch, leider. Ich habe ihn jetzt nur getrackt. So, jetzt habe ich ein kleines Problem. Er kommt nicht durch. Er auch nicht. Daran seht ihr einfach mal, die Panzerung ist wirklich sehr stark. Ich nehme jetzt als erstes den Skorpion G raus. Es ist taktisch klüger, die höheren Kanonen rauszukriegen. Weil ein Skorpion G kann mehr machen als ein Pilot. Ein Pilot kann euch zwar umfahren. Aber ein Skorpion G ist in dem Punkt mehr gefährlicher. Weil er, wenn er 500er rolls und eine sehr gute Kanone hat er. Und daher. Jetzt habe ich auch noch den rausgenommen. Das war ja relativ einfach. Ja. Einfach mal einen 5. Kill gemacht mit fast 4.000 Schaden. Wir haben aber immer noch nicht das Maximum aus unserem Team rausgekratzt. Da ist noch ein bisschen was übrig. Wir brauchen noch ein Kill zum Krieger. So, der Löwe. Ah, hier, guck mal, der steht doch schon schön. 403. Da ist der Löwe weg. So, jetzt gilt es die IS-3 zu suchen. Wir haben schon 3.000 Schaden abgeprallt gekriegt. Und da ist die IS-3. Ja, die Artis gehen hier auch sehr aggressiv. Sie gehen selber in Angriff. Die ganze Zeit. Fand ich ein bisschen blöd. Aber gut, können wir jetzt nicht ändern. Eine Art hier sowas machen. Also die M12 wird garantiert, wenn sie gegen eine IS-3 fährt, sterben. Weil mit 1 hinten wird da nix. So, ich dachte mir jetzt, der IS-3 ist zur Einsatz 2 hat zum Käppen gefahren. Aber es wird nicht so sein. Was ich jetzt nämlich hier gerade mache, ich fahre nämlich komplett in die falsche Richtung. Ich habe dann der Arti geschrieben, bitte, bitte nicht durchkäppen. Wäre sehr nett. Und dieses Durchkäppen finde ich einfach sowas von Pussyhaft. Also wenn man alle Chance hat, den Schaden rauszuhauen und Kills zu machen, macht dies. Seht ihr? Die IS-3 ist genau von der Seite gespawnt, sozusagen. Also aufgegangen. Und jetzt wieder zurückfahren. Aber ihr seid ja nicht unbedingt langsam. Ich denke mir, der kommt vorbei. Nein, kommt er nicht. Ich hatte hier natürlich auch noch Unterstützung vom Super Pershing, der mir ab und zu mal den Rücken freigehalten hat. Aber die meiste Zeit des Dings habe ich meistens alleine gemacht. Zum Beispiel der Mutz oder sowas. Das ist ja einfach nur... Das ist ja einfach easy. Also der Mutz hat sich da richtig blöd angestellt, sich da so ans Hausrand zu stellen. Da kann es ja einfach blockieren. Schwierig wird es bei Panzern, die schwerer sind als ihr. Dann wird es echt schwierig, da irgendwas zu machen, weil... Ja. So, da hinten ist eine IS-3. Schieben euch dann einfach weg. Oder generell sollte ich dies zu vermeiden. Schwere Panzer ist ihr selber zu rammen. Da kriegt ihr sowieso mehr Eigenschaden, als ihr Schaden macht. Oder fehlt euch am Ende noch selbst. Aber ich glaube, das kennt ihr ja eigentlich schon. So, M12 hat schon geschossen. Der Suppen Pershing opfert sich jetzt hier. Ich mache 444. Ich bin bei 4.692... Ne, 4.706. Jetzt ist genau noch diese IS-3 da. Hat mich angezündet. Ich habe einen automatischen Feuerlöscher dabei. So, ich bin nachgeladen. Jetzt. Ich schieße nicht einfach drauf, weil das meine Chance minimieren könnte, dass ich gewinnen kann. Deswegen, ich warte jetzt, bis ich den günstigen Moment habe, dass ich schießen kann. Wie ihr seht, ich gucke erst mal. Dann gucke ich seitlich, lasse ihn vorfahren und kill ihn. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, wenn ihr genau ne, euren Gegenüber seid. Ähm, lasst, wartet, bis ihr wirklich schießen könnt. Was bringt es euch, wenn ihr am Turm abprallt und er dann vor euch wegfährt? Dann habt ihr keine Chance mehr, ihn rauszuhauen, sonst kloppt er euch noch raus. Also ganz wichtig, wartet immer, bis ihr schießen könnt. Und dann habt ihr auch euren schönen Schaden dabei. So, jetzt kommen wir zur Auswertung. Ähm, Sekunde. Da ist die Auswertung. So, wir haben hier den Ace Tanker, Hand of God, Breasure, Dualist, Firefall Effect, Shellproof, Steelwall, High-Kaliber und Top Gun. In einem Gefecht 138.263 Basis-Credits, ganz einfach, und 2597 Basis-XP. Also das geht schon ganz gut. Wir haben in dem ganzen Gefecht 5.006 Schaden gemacht. Der beste von den Gegnern war der Rheinmetall-Borsig, ne, der Rheinmetall-Skorpion G mit 3.490. Also ihr seht, ihr könnt einfach alles überrommeln. So, wir haben 17 Schuss abgefeuert, 16 getroffen und 14 durchgeschlagen. Also ihr seht, einmal verschossen wegen dem, bei dem, der erste Schuss, den hab ich ja verhämmert. Aber sonst hab ich ja alle getroffen und 14 leider nur durchgeschlagen, also zwei sind abgeprallt. 2.970 Block bei Amor, also da seht ihr ja wirklich genug Panzerung dabei und 360 Assist gemacht. Und wie ihr seht, selbst obwohl wir 23.000, 17.000 und 5.000 Miese gemacht haben, haben wir trotzdem noch 92.253.000 mit nach Hause nehmen können. Und ja, insgesamt, ich wollte euch einfach nochmal wieder beilegen oder einfach nochmal zeigen, dass wirklich das Objekt 252U in den richtigen Händen und wenn man ein bisschen Ahnung davon hat und vor allem, wenn man da ein bisschen Spaß dran hat, an dem Teil wirklich eine Macht wird. Eine Macht, also, weiß nicht. Also, ich find das Teil einfach nur absoluter Hammer. Ist auch momentan mein wirklicher Lieblingspanzer. Also der T-34 ist schon lange von meinem Lieblingspanzer abgetreten. Ich hab zwar schon am meisten gefechtet mit dem Ding, aber ich würde die gerne auf das Objekt übertragen. Weil das Objekt ist einfach an so vielen Punkten besser. Und, ähm, ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen da. Wenn nicht, dann nicht. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Und tschüss.